Sehr geehrter Herr Prof. Strohschneider, sehr geehrter Herr Prof. Hacker, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Banker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Haseloff, sehr geehrter Herr Bürgermeister Wiegand, liebe Frau Svonik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute hier die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz überbringen zu dürfen. Zuallererst möchte ich aber erst Frau Prof. Nestler gratulieren. Ich bin ausgesprochen froh, dass diese für Sie doch auch, na doch relativ lange Zeit am Ende, es war eine kurze Zeit, in der nur überprüft werden musste, aber Sie mussten aushalten, dass anonyme Vorwürfe gegen Sie vorgebracht worden sind, kurz vor Toresschluss. Wenn jemand etwas wirklich hätte vortragen wollen, hat er viele Gelegenheiten vor, hätte er haben können. Es ist aber so konstruiert, dass es dann doch für Sie und für alle Beteiligten in eine ganz schwierige Situation gerauscht ist. Und ich bin ausgesprochen froh, dass die DFG so gute und verlässliche Prüfverfahren hat, dass völlig ausgeräumt werden konnte, das, was gegen Sie anonym vorgetragen worden ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und da möchte ich mich auch Frau Wanka anschließen. Ich glaube, man muss nochmal genau gucken, welche Verfahren kann man eigentlich entwickeln, um gerade gegen solche anonymen Vorwürfe und im Zuge der Digitalisierung und auch der Nutzung des Internets, kann das natürlich alles wesentlich breiter gestreut werden. Wie können wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor schützen, weil wir sie am Ende ja brauchen. Wir wollen ihre Erkenntnisse, wir wollen ihnen die Preise geben, weil es Preise sind, die neue Erkenntnisse schaffen, die Mittel freisetzen, die Profile mit herausbilden. Also insofern, ich bin richtig froh, dass Sie das gut durchgestanden haben, dass Sie das alles verarbeitet haben und sich jetzt hoffentlich mit großer Freude in neue Erkenntnisse hineinstürzen werden, die uns allen sehr, sehr zugutekommen. Alles, alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ja, es ist schon viel über den Ort, über die Martin-Luther-Universität, über die Leopoldina gesagt worden, überhaupt über den Forschungsstandort in Sachsen-Anhalt. Ich kann dem nur beipflichten und ich finde es auch ganz großartig, wir waren ja mit dem Wissenschaftsrat jetzt hier, jetzt sind wir mit der DFG hier. Es ist einfach immer wieder schön, hier anzukommen und es ist für mich auch immer wieder ein bisschen Stück zurückkommen, weil auch meine Tochter hier studiert hat und ich freue mich immer, wenn ich hier wieder herkomme und einfach auch sehe, wie sich das eine oder andere immer auch weiterentwickelt und das ist doch, glaube ich, eine große Verbundenheit, die wir eben doch jetzt miteinander leben, Ost und West. Ich glaube, die Fragen wandern immer mehr in den Hintergrund und das ist auch aus meiner Sicht richtig gut so und wenn man die ganzen Forschungsinstitute, die ja Herr Haseloff aufgezählt hat, hier mal zugrunde legt, was sich hier alles entwickelt hat, dann ist das großartig und dann ist das für die gesamte Republik großartig, dass wir jetzt so breit verstreut überall Wissenschaft und Forschung auch haben, was für uns alle, glaube ich, von großer Bedeutung ist. Aber nun zu meinem Thema. Ich habe mein Thema ein bisschen fokussiert auf die Frage Chancengleichheit und Wissenschaft und Forschung. Ich habe mal gedacht, ich versuche das jetzt nochmal auch von dieser Seite aus, das Thema, das ja jetzt für die DFG-Tagung auch zugrunde gelegt worden ist, das auch für mich noch einmal ein bisschen zu beleuchten. Ich glaube, es besteht überhaupt gar kein Zweifel daran, dass es nach wie vor noch einen großen Handlungsbedarf gibt, nämlich die Karrierechancen von Frauen gleichziehen zu lassen mit den Karrierechancen von Männern in der Wissenschaft. Das heißt die Frage des gleichberechtigten Zugangs zu Spitzenpositionen. Ich denke, dieses Thema ist eins, mit dem wir uns noch länger und auch noch weiter auseinanderzusetzen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, insofern freue ich mich sehr, dass die DFG sich dieses Thema Offenheit und Vielfalt im Wissenschaftssystem so zum Thema genommen hat. Und das ist eben an dieser Stelle auch das wichtige Thema von Chancengleichheit und Diversity als wesentliche Erfolgskriterien des Wissenschaftsstandorts Deutschlands auch herausgegriffen hat. Wenn man sich anguckt, Bund und Länder geben gerade durch die kontinuierliche Bereitstellung der Datengrundlage zu den Frauenanteilen in der Wissenschaft ein ganz, ganz wichtiges und wesentliches Fundament. Sie geben uns die Möglichkeit, sachgerecht darüber zu diskutieren, sachgerecht festzustellen, welche Verbesserungen zur Geschlechtergerechtigkeit noch erforderlich sind. Ich will es mal etwas platter sagen, am Ende kann man natürlich durch die Zahlen auch noch immer ein bisschen Druck auf dem Kessel halten, nämlich dafür, dass weitere Veränderungen auch erforderlich sind. Bund und Länder verbinden die Förderung von Wissenschaft und Forschung zudem schon seit vielen Jahren mit der Forderung, bessere und gerechtere Strukturen für Frauen im Wissenschaftssystem zu erreichen. Ein besonderes, wichtiges Instrument ist dabei der Pakt für Forschung und Innovation, mit dem wir Strukturveränderungen für Frauen bei den großen Forschungsorganisationen und der DFG mit einer Sogwirkung für das gesamte Wissenschaftssystem erreichen wollen. Wir verbinden die jährlichen Mittelaufwüchse des Paktes mit der Verpflichtung der Forschungsorganisationen, sich konkrete, ambitionierte Ziele für die Gewinnung von weiblichen Nachwuchs- und Führungskräften zu setzen. Nicht ganz zufällig fordern auch unsere jüngsten Förderprogramme, wie die Exzellenzstrategie und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Konzepte und Umsetzungsstrategien zur Verbesserung der Chancengleichheit bei der Antragstellung. Wir hatten eine kleine Malässe bei der innovativen Hochschule. Das muss man nun fairerweise einräumen. Die Daten unserer Erhebung zeigen, es gab in den letzten Jahren Verbesserungen in einigen Bereichen, wenngleich wir bei weitem noch nicht zufrieden sein können. Die Hälfte aller Studierenden und Studienanfängerinnen und Studienanfänger sind Frauen und das schon seit über 20 Jahren. Das ist ausgesprochen gut. Ebenso die Tatsache, dass rund 44 Prozent aller promovierenden Frauen sind. Wie kann es dann aber sein, dass noch nicht einmal jede vierte Professur mit einer Frau besetzt ist? Mit jeder Karrierestufe gehen dem Wissenschaftssystem Frauen verloren, sodass ihr Anteil auf der höchsten Qualifikationsstufe in manchen Bereichen oft verschwindend gering ist. Das ist ja nicht nur im Wissenschaftsbereich so. Für mich, die ich ja auch Gesundheitssenatoren bin, begegnet mir dasselbe Phänomen im Gesundheitsbereich. Wenn ich in einer Runde von Chefärztinnen und Chefärzten sitze, dann sitzt dort meistens keine Frau. Also ich sitze da und dann sitzen da viele Frauen, aber es sitzt keine Chefärztin dort. Und da muss man einfach sagen, das kann und darf nicht der Regelfall bleiben. Und das finde ich unter Gerechtigkeitsaspekten und unter Qualitätsaspekten ehrlich gesagt unerträglich. Und das kann aus meiner Sicht nicht so bleiben. Insofern ist mein persönliches Ziel, dass man mindestens 40 Prozent der Führungspositionen in Wissenschaft und zwar im Sinne einer konsequenten Anwendung des Prinzips der Bestenauslese und nicht etwa entgegen dieses Prinzips, so wie es ja leidlich manchmal auch vorgetragen wird, uns als Ziel zu setzen ist. Denn es kann mir ehrlich gesagt keiner weismachen, dass die Gene für Führung und Leitungskompetenz ausschließlich auf dem Y-Chromosom zu finden sein können. Ich glaube, wir müssen dafür Sorge tragen, mehr Sorge tragen, dass Frauen auch dort ankommen können und auch ankommen wollen. Auch das möchte ich an dieser Stelle mitgesagt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das erfolgreiche Professorinnenprogramm von Bund und Ländern hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass die Entwicklung zumindest in die richtige Richtung geht. Wir haben deshalb in der GWK einstimmig entschieden, das Professorinnenprogramm fortzusetzen und arbeiten derzeit an der Umsetzung. Das Programm nimmt allerdings in seiner bisherigen Konzeption nicht die sogenannte Leaky Pipeline in den Blick, die den Ausstieg zu vieler promovierter Frauen aus dem Wissenschaftssystem nach ihrer Promotion beschreibt. Wir sind daher Überlegungen aus den Hochschulen und aller Fraktionen im Deutschen Bundestag sehr sympathisch, das Professorinnenprogramm aufzustocken und dahingehend weiterzuentwickeln, dass es auch für Qualifikationsstufen neben und vor der Professur geöffnet wird. Noch dürfte es etwas schwerer werden, den hierzu erforderlichen Konsens zwischen Bund und Ländern herzustellen, aber wir sollten daran weiter gemeinsam arbeiten. Ich glaube trotzdem, dass wir auch noch andere und weitere Instrumente in den Blick nehmen müssen, um die sogenannten LEGs in der Pipeline zu stopfen. Die DFG hat mit der Erarbeitung und Umsetzung von forschungsorientierten Gleichstellungsstandards und dem Gleichstellungsmonitoring Maßstäbe gesetzt. Morgen wird in der DFG-Mitgliederversammlung über deren Weiterentwicklung sowie ein qualitatives Gleichstellungskonzept beraten werden. Es werden auch Überlegungen angestellt, die berufliche Phase vor der Professur stärker in den Blick zu nehmen. Ich begrüße dieses sehr, da die DFG mit ihrem eingeschlagenen Weg weiter beschreitet und auch künftig Treiberin für Geschlechtergerechtigkeit sein möchte. Alle Organisationen des Wissenschaftssystems sind gefordert, Gleichstellung als Leitungsaufgabe zu verankern, ihre gleichstellungspolitischen Ziele noch ambitionierter zu formulieren und sie schneller und konsequenter als bisher umzusetzen. Das Kaskadenmodell darf nicht als reines Rechenmodell angelegt werden, sondern es muss noch mehr als Instrument zur Potenzialentwicklung von Frauen in Leitungsfunktionen eingesetzt werden. Die durchaus vorhandenen Möglichkeiten in der Personaldynamik großer Einrichtungen, die sich durch Pensionierung, Fluktuation, Personalaufwüge bieten, müssen zukünftig stärker genutzt werden. Und ich meine, wir sollten alle maßgeblich uns für diesen Kulturwandel im Wissenschaftssystem aktiv einsetzen, denn das wird der Wissenschaft insgesamt nur gut tun. Auch die Politik muss ihren Teil zur Mehrgeschlechtergerechtigkeit beitragen. So müssen wir insbesondere die Hochschulen noch besser dabei unterstützen, dass sie für Frauen und Männer verlässliche Arbeitsbedingungen und familienfreundliche Strukturen ausbauen können. Erstrebenswert wäre die Entwicklung eines Lebensphasen-Arbeitszeitmodells, das auf die Bedürfnisse der Wissenschaft angepasst ist, damit beispielsweise Phasen der Familienarbeit, in denen weniger Drittmittel eingeworben werden, weniger Publikationen veröffentlicht werden können, in Berufungsverfahren nicht länger zu Ausschlusskriterien herangezogen werden können. Der Fantasie bei der Entwicklung weiterer Maßnahmen sollten keine Grenzen gesetzt werden. Hilfreich könnte auch sein, den wechselseitigen Austausch der Akteurinnen und Akteure und die Koordination von geschlechterpolitischen Maßnahmen im Wissenschaftsbereich zu verbessern. Ich halte daher viel von dem Vorschlag, hierzu einen bundesweiten Rat für Gleichstellung in der Wissenschaft einzurichten. Wir sollten uns die Modelle zur Ausgestaltung eines solchen Rates einmal gemeinsam genauer ansehen und dieses Projekt aus meiner Sicht auch weiter vorantragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme nun auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Eine weitere Maßnahme, mit der Bund und Länder die Wissenschaft in Deutschland stärken wollen, ist der Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Hierbei geht es um die Umsetzung einer Empfehlung des Rates für Informationsinfrastrukturen, den die GWK mit dem Auftrag der Gestaltung zukunftsfähiger Informationsinfrastrukturen und Dienstleistungen für die Wissenschaft eingerichtet hat. Die Verfügbarkeit und vor allem die interdisziplinäre Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten werden in allen Forschungsfeldern immer wichtiger. Bund, Länder, Hochschulen, Allianzorganisationen und der Rat für Informationsinfrastrukturen stehen gemeinsam vor der Herausforderung, die bisher überwiegend projektförmig bestehenden Strukturen in einer nationalen Anstrengung zusammenzuführen und weiter auszubauen. Die Stärke des deutschen Wissenschaftssystems, nämlich die Vielfalt, auch die Vielfalt institutionelle Formen und Profile und die hohe Autonomie seiner Akteure, birgt an dieser Stelle auch die Gefahr der Verfestigung von Insellösungen. Bei der gemeinsam wissenschaftsgeleiteten Erarbeitung einer Gesamtarchitektur des NFDI kann die DFG eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist mir hierbei, dass alle außeruniversitären Einrichtungen und alle Hochschulen im Sinne einer konzertierten Aktion gemeinsam in ihren Aktivitäten voranschreiten. Wir sollten darauf bedacht sein, dass die Standards gemeinsam entwickelt und keine Insellösungen weiterhin produziert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne die DFG wäre die Forschung an Hochschulen nicht so erfolgreich, wie es der Fall ist. Ich möchte deshalb an dieser Stelle meinen Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft für ihre hervorragende Arbeit aussprechen, meinen Dank an die vielen Gutachterinnen und Gutachtern aus dem In- und Ausland und an die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFG-G-Geschäftsstelle. Bund und Länder haben auf der letzten GWK-Sitzung vor knapp zwei Wochen beschlossen, dass die DFG im Jahr 2018 mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Für die Programmpauschalen, Forschungsgroßgeräte und die Exzellenzstrategie kommen für die DFG noch einmal mehr als eine Milliarde hinzu. Wir wissen, das ist gut investiertes Geld. Damit setzen wir unseren eingeschlagenen Kurs zum Erhalt und weiterem Ausbau des hohen Niveaus der Forschung an den Hochschulen verlässlich fort. Ich wünsche der DFG auch im nächsten Jahr alles Gute und bei der Bewältigung all ihrer Herausforderungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Analyse von Herrn Professor Strohschneider, wenn er sich zu dem Thema Herausforderungen in der Wissenschaft, wenn er sich dort zu äußern wird. Einer der international größten Herausforderungen ist sicherlich die Freiheit der Wissenschaft. In der Politik setzen wir den Rahmen und entscheiden über den finanziellen Umfang der Förderung. In die Entscheidung, welche wissenschaftlichen Themen oder Forscherinnen und Forscher von der Förderung profitieren sollen, mischen wir uns aber nicht ein. Wir legen daher Wert auf wissenschaftsgeleitete Auswahlverfahren durch die Wissenschaft selbst. Eine Einmischung der Politik scheidet aus. Dieses ist Konsens in der GWK. Die in unserer Verfassung verbriefte Wissenschaftsfreiheit ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die deutsche Wissenschaft auch im internationalen Vergleich so erfolgreich ist. Zu meinem großen Bedauern ist wissenschaftliche Freiheit aber nicht überall auf der Welt eine solche Selbstverständlichkeit. Mit Sorge beobachte ich eine Zunahme von Beschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in etlichen Regionen dieser Welt. Auf diesen Zug werden wir in Deutschland nicht aufspringen, denn er fährt geradewegs aufs Abstellgleis. Unsere offene und freie Wissenschaftslandschaft macht Deutschland attraktiv für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Rund 11 Prozent des Wissenschaftspersonals an deutschen Hochschulen kommt bereits aus dem Ausland. Wer sich gegen Ideen von außen abschotten will, wird es hingegen schwer haben, die international besten Forscherinnen und Forscher für sich zu gewinnen. Dieses werden vor allem die Staaten zu spüren bekommen, die missliebige Ergebnisse der Wissenschaft offen ablehnen oder den freien Zugang zu Forschungsergebnissen beschränken. Exzellente Forscherinnen und Forscher sind heutzutage mobil und werden zunehmend dort arbeiten, wo ein forschungsfreundliches Klima herrscht. Rund 60 Prozent aller deutschen Forscherinnen und Forscher waren in den letzten zehn Jahren für mindestens drei Monate im Ausland. Die Hälfte aller wissenschaftlichen Publikationen aus Deutschland entsteht in einer internationalen Zusammenarbeit. Auch die Gutachtervoten der DFG gehen zu mehr als einem Fünftel von Gutachterinnen und Gutachtern aus dem Ausland ein. Die Wissenschaft lebt vom Austausch, und zwar weltweit. Gemeinsam sollten wir dieses Prinzip hochhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.